Leute, wir gucken uns jetzt das Video, ähm, das Ende von Firegarden an. Ich hab das Video noch nicht gesehen. Ich bin gespannt. Jollade! Das ist mein Lieblings-YouTuber übrigens. Also nicht Firegarden, sondern Unholy. Deswegen, bester Mann. Jollade! Max am Start! Spaß beiseite! Yo Leute, Crash am Start und heute kommt den guten alten Firegarden. Manche unter euch wissen vielleicht, dass er und ich mal ganz gute Kollegen waren und sogar auf seinem und auf meinem alten Kanal zusammen ein Video gemacht haben. Das auf seinem ist sogar noch online. Falls jemand den Crash von 2018 begutachten möchte, schaut euch das an. Vor zwei bis drei Jahren hat Firegarden ja manche Videos gemacht, die in die ähnliche Richtung wie meine gingen. Deswegen hatte ich auch erst Kontakt mit ihm. Doch dann hat er angefangen, immer mehr und mehr peinliche Aktionen zu bringen, bis er sich schließlich vor einem halben Jahr komplett selbst begraben hat. Crash mit Firegarden SA. Party! Grüß dich, Bruder! Okay, ich bin gespannt! Okay, nochmal ganz zum Anfang. Wie kam Firegarden überhaupt in die Szene? Wie so ziemlich jeder Meinungsblogger hat er bis 2017 Minecraft-Videos gemacht, bis er dann irgendwann gemerkt hat, dass solche Videos anfangweilig sind und hat dann angefangen, Videos zu machen, in denen er seine Meinung über irgendwas sagt. Hab ich ja selber... Alter, Puki, ey, 16 Minuten ging das Video, das hatte mega viele Aufrufe. Ich glaube, das Puki-Video hatte doch auch über eine Million Aufrufe, oder? Warte mal ganz kurz. Ne, 700.000 Aufrufe. 700.000 Aufrufe hat das Video. Meins hatte die Hälfte, also meins hat 350.000. Aber bei ihm war es 700.000. Holy shit, das auf 16 Minuten, da könnt ihr euch vorstellen, dass das gutes Geld bringt. Vor allem, weil der CPM bei Puki, wenn du das ansprichst, ziemlich gut ist. Den er seine Meinung über irgendwas sagt, hab ich ja selber nicht anders gemacht. Naja, und kaum hatte er sein Content gewechselt, begann es die Klicks und Abos zu hageln und er knallte ein Video nach dem anderen über irgendwen raus. Fils, Sein Desu, Simplicissimus, Unge, Tanzverbot, KS-Freak und so weiter. Ich könnte wahrscheinlich noch 5 Minuten aufzählen. Jetzt mal ehrlich, gibt es überhaupt wen, gegen den er kein Video gemacht hat? Es ist nämlich nicht der Sinn von solchen Videos, gegen jeden nur erdenklichen YouTuber zu schießen, sondern gegen die zu schießen, die es auch wirklich verdient haben. Ich schwöre, es war aber damals einfach so, ne, also zu dieser Fortnite-Zeit, es war einfach so, dass man einfach das gemacht hat und hochgeladen hat, was die Leute wollten. Die Leute haben geschrieben, also man hat zum Beispiel Umfragen gestartet mit, ja, wen soll ich das nächstes mal dran nehmen und die Leute haben einfach reingeschrieben, oh, den, den Fortnite-YouTuber. Allerselber hatte man vielleicht gar keinen Bock auf den Fortnite-YouTuber, aber man wusste einfach, dass das Thema abgehen wird, deswegen. Auf ganz entspannt haben wir die Videos so rausgeballert, aber im Endeffekt ist es halt so, klar, man hat sich eine große Reichweite aufgebaut, aber man hat sich damit halt die Qualität komplett versaut und ist halt nur auf Quantität gegangen. Aber das hat ja gut Klicks gebracht. Dann, gegen Ende 2017, Anfang 2018, als mein Alter-Kanal in die Höhe schoss, haben wir mal miteinander geschrieben und Nummern ausgetauscht, weil ich die Videos, die er in der Zeit gedroppt hat, echt nicht schlecht fand. Wer jetzt genau wen angeschrieben hat, weiß ich nicht mehr, das ist aber auch weniger relevant. Videos wie beispielsweise die gegen mir relativ egal, Zenix oder auch das mit mir gegen Korbi, konnte man sich einfach ziemlich gut geben. Sie waren unterhaltsam, gut recherchiert und... Aber eigentlich waren die auch mega monoton. Eigentlich waren die mega monoton. Und ja, es gab immer ein paar Videos, die ganz gut recherchiert waren bei FireGuard und auch bei mir. So, keine Frage. Aber dann gab es halt auch wieder Videos, die komplett lost waren. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, muss ich auch sagen, zu der Ruin Reserve Zeit. Also ganz am Anfang, wo ich Ruin Reserve wirklich behandelt habe und auch anonym kriegst, waren meine Videos wirklich vom Recherchieren her gar nicht so schlecht. Und haben die jeweiligen Personen schon ganz gut zerpflückt. Danach kamen unter anderem sehr gut geklickte Videos gegen Tina Neumann und Clipshitland. Keine Ahnung, woher sich die Idee dafür genommen hat. Ja stimmt, damals hieß er... Hä, hieß er damals Trash? Ich dachte ja, hieß er damals auch Crash. Ja, ich glaube, bei Clipshitland, er wurde von denen angezeigt, glaube ich. Doch dann ging es langsam bergab. Angefangen am Videoschnitt, der so gar nicht mehr vorhanden war. Man kann von Stockfotos, wie ich sie beispielsweise nutze und auch er sie früher genutzt hat, halten, was man will, aber nur noch Gameplay einzuplenden und das war's, ist schon ziemlich wack. Weiter geht es mit den Themen, die immer und immer... Ja, also das stimmt schon, ist auf jeden Fall jetzt nichts krasses. Wenn wir aber jetzt mal ehrlich sind und mich würde es immer interessieren, wie ihr das so seht. Was bringen dir Stockfotos? Also dir bringen ja im Prinzip Screenshots von irgendwelchen Beweisen was. Dir bringen ja Beweise was. Was bringt dir aber Stockfotos? Stockfotos bringt ja rein gar nichts. Du hast halt ein Bild, was auf dich zukommt und du denkst dir so, okay, warum gucke ich jetzt gerade das Bild an? ...peinlicher wurden. Einmal haben wir den völlig unnötig aufgesetzten Beef mit J.F. und Kennedy, der dadurch entstand, dass J.F. Firegarden in einem Video kurz indirekt kritisierte und dann sogar gesagt hat, dass es kein Front war. Was macht Firegarden? Ein Beef anzetteln, der sich über vier Videos erstreckt. Man muss dazu aber auch anmerken, dass J... Erinnert mich übrigens an Veni. Der Beef mit Veni letztes Jahr, wo er einfach vier Videos rausgehauen hat. Also wo ich mir so dachte, alter Schl... Also man kann Themen ausschlachten und dann macht das auch noch Spaß, aber bei ihm, das war halt schon von Anfang an mega, mega langweilig. So, der macht halt einfach vier Videos darüber. Und Veni hat halt einfach komplett recht gehabt mit dem, was er gesagt hat. Das fand ich richtig stark. Genau. ... sich darauf eingelassen hat, schlussendlich hat es Klicks für beide gebracht. Und dann, ein Jahr später, wird Firegarden von VeniCraft in einem Stream kritisiert. Was macht Firegarden darauf hin? Fucking fünf Videos gegen ihn mit einer Gesamtlänge von über 80 Minuten. Ist da möglicherweise jemand getriggert gewesen und macht aus reiner Emotion raus Videos gegen andere? Man munkelt. Als wäre das nicht schon peinlich genug, startet Firegarden Anfang 2019 den YouTube-Kanal Erfolgreiches Denken, wo er einem beibringt, erfolgreich zu denken. Dort gibt er einem beispielsweise folgenden Tipp, wie man sich verhalten sollte, wenn man beleidigt wird. So, du hast jetzt also gerade versucht, mich zu beleidigen, weil du nichts anderes zu tun hast. Jetzt wirst du versuchen, dich nach diesem Argument von mir daraus reden zu wollen, wirst es allerdings nicht schaffen, weil ich direkt weiß, was du tun wirst und jetzt wirst du gerade darüber überlegen, was ich jetzt... Das ist halt immer noch legendär, muss ich sagen. Wie kann man so lange hintereinander reden? Hat er sich da ein Skript geschrieben und das so vorgetragen? Oder hat er sich gedacht, Alter, ich rede jetzt einfach mal zu. Auf die Kamera zu. ... gerade sage und inwiefern es auf dich zutrifft und dann wirst du jetzt gleich versuchen, das Thema schnellstmöglich zu wechseln, weil du eben weißt, dass du gar keine Chance mehr hast, hier gegen etwas zu sagen. Und die Person denkt sich so... Alle Hals, maul wirklich. Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Denkt ihr, das war schon und mehr Cringe ist gar nicht mehr möglich? Äh, ja... Nee. Schaut euch einfach folgendes an. Ich frage mich gerade, warum er das unkenntlich macht. Also ich meine, das kann er ja, das kann er ja einfach so nutzen, so den Clip. So nur das mit Feierkoten kann er von mir aus ihn zensieren. Okay. Guck in den Chat, Simon. Dankeschön für die Follows, Leute. Kuss geht raus an jeden. Simon, guck in den Chat. Okay, ich bin jetzt wieder weiter. 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 Ja, das ist halt alles schon... Das haben wir schon hundertmal gehört, eigentlich. Guck in den Chat. Okay, Frank Ribéry. Wir spammen, bis der Chat gesehen wird, Freunde. Wir spammen, bis der Chat gesehen wird. Simon, komm. Guck endlich in den Chat jetzt. Ich finde ehrlich, das ist richtig unangenehm anzuschauen. Was meint ihr? Der YouTuber Imp hat sich Firegarden auch mal in ein paar Videos auf Lust. Lol. Mehl, Salz und Eierhoten habe ich mir noch nie angeguckt. Ach doch, ach, warte mal. Ach, das ist das Video? Nee. Nee, das ist ein anderes Video. Das habe ich ja noch nicht angeguckt. ...weise vorgeknöpft und Kritik dargelassen. Firegarden konnte damit allerdings gar nicht umgehen und hat daraufhin einfach mal durch ein Bot alle User auf Twitter blockiert, die Imp folgen. Da war unter anderem auch ich dabei. Ja, stimmt. Deswegen kann ich euch seinen wundervollen Twitter-Content leider nicht vorstellen. Doch kommen wir nun zu Firegordens heikelsten Thema. Frauen. Leider hat er an einigen Stellen bewiesen, dass er nicht so ganz weiß, wie man sich in der Anwesenheit des weiblichen Geschlechts richtig verhält. Warum zeigt der jetzt ein Bild von irgendeiner? Von irgendeinem Instagram-Girl? Hat das gerade... Hat das einen Sinn? Gibt das gerade einen Sinn, warum das Bild hier angezeigt wird? Und sein Crush auf Kazem Sara hat das Ganze nicht besser gemacht. Also wir haben echt die verschiedensten Fragen gestellt bekommen. KuchenTV, Grüße gehen raus an dich. Fixst du sie? Weil er lädt oder beziehungsweise er antwortet einfach auf so einen Kommentar. Junge, ich werde doch niemals einfach den Kommentar mit reinnehmen. Fixst du sie? Also, sorry, aber wie kommt man darauf, einen Kommentar vorzulesen, wo man weiß, dass man gleich hops genommen wird? So einfach... Sie lässt es halt auch einfach drin, das finde ich übrigens auch stark. Aber ja, er macht es einfach so. Ja, weiß ich nicht. Ja, vielleicht, hoffentlich. Nein. Junge, schwierig, Mann. Das erklingt, moinig. Warte, 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 warte. Ja, so gemacht. Nein. Bruder, Bruder, was wird das denn? Soll ich für Firegarden mal den Kanal erfolgreiches Flirten aufmachen? Vielleicht könnte ich ihm damit weiterhelfen. Dann fragt der gute Firegarden, bist du mit Firegarden zusammen? In Klammern geheime Liebesgeschichte. Und nein, Leute, ich muss euch leider enttäuschen, ich bin nicht mit Firegarden zusammen. Also jetzt abgesehen davon, dass Max die Frage selbst gestellt hat, aber es kommt echt so oft vor, dass ich das gefragt werde und ich verstehe einfach nicht, warum. Hm, wieso könnten das so viele Leute geachtet haben? Nee, Markus, nicht sein. Vielleicht deswegen? Endlich, aber schick dann auch die Nudes von selbst. Oder deswegen? Was, Markus, eine Sache, damit wir aufnehmen? Oder vielleicht, weil du ihr die Frage selbst gestellt hast, du Dully? Ach, Firegarden, warum machst du das alles nur? Vor sieben Monaten hat sich Firegarden zwar in einem Video entschuldigt und gesagt, er würde sich ändern, das Video war wirklich gut, es war auch gut gestaltet. Danach kamen aber nur noch ein paar mehr oder weniger langweilige Videos und das war's. Seit einem halben Jahr kommt gar nichts mehr und so hat sich Firegarden letztendlich komplett selbst begraben. Eigentlich ist das ziemlich schade, da vor allem 2018 mal echt Potenzial in seinem Kanal gesteckt hat, aber das, was er daraus gemacht hat, ist einfach nur noch peinlich. Hätte er nur selber mal erfolgreich gedacht und es nicht versucht, anderen beizubringen, dann wäre das vielleicht noch was geworden. Und so war es dann ein Kritiker weniger, aber ehrlich gesagt, wen stört das schon? Es gibt ja zum Glück noch mich. Ja, ich muss halt sagen, dass, äh, Netflixen, okay. Ähm, ich muss sagen, es ist okay, so das Video. Ich, ich finde es jetzt aber nicht halt über krass, also so vom Schnitt her, es ist auch in Ordnung, aber, keine Ahnung, ich weiß nicht, hier wurde halt schon alles genannt, was auch schon 10.000 Mal angeschaut wurde. Ich meine, jeder weiß, dass es damals, es so übertrieben oft, sich drüber lustig gemacht wurde. Ja, es war halt einfach nur nochmal zusammengefasst. Heute gibt es, ja. 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 two生, und schon mal. k